VW Golf bekommt ihr einen Gericht im Zeitraining der Österreicher weiter in den Führung auf den VW Golf 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 denn derzeit sind es gerade mal 13 Hundertstel, die die beiden trennen. Also mit einem super Lauf könnte Walter Martinelli noch auf Platz 2 jetzt vorstoßen. Mittlerweile auch bereits Mario Krenn unterwegs vom Veranstalterklub vom MST Lönersdorf im Vdiscord RS 200. Untertitelung des ZDF für funk, 2017